Ja, hallo aus dem Eisbachtal von unserem Surefix am Donnerstag. Ja, ich bin hier heute im Haus C, oben an der Dachfläche oder vor der Dachfläche. Und wie ihr wieder schön seht, unser Dom zum Eisbachtal ist auch wieder im Hintergrund. Immer ein bleibendes Motiv bei uns. Ja, heute mal ein Astro-Technik. Letzte Woche hatten wir ja nur Genuss und Wein. Übrigens auch da nochmal Danke für die vielen Rückmeldungen und die ersten Pakete sind schon unterwegs an euch. Ja, also wir haben hier eine Photovoltaikanlage auf dem Eisbach-Wohngut, die insgesamt eine Leistung hat von 40 Kilowatt-Peak. Wir haben pro Haus ca. 10 kWp und den erzeugten Strom speisen wir quasi die Einlagen ein, was für Aufzug, für Allgemeinbeleuchtung, Heizung, Pumpen, so dass wir hier einen relativ hohen Eigenverbrauch dann auch bekommen und somit auch dann auch ein Stück weit dazu beitragen, dass weniger Strom aus dem Netz gezogen wird. Ja, wir haben auch da noch von der Technikseite pro Haus zwei Wärmepumpenanlagen, die für die Beheizung zuständig sind. Das heißt, wir haben acht Wärmepumpen und die werden dann natürlich auch zum Teil mit dem Naturstrom entsprechend besorgt. Ja, es läuft alles soweit. Die Putzer sind dran. Aus A und B wird gerade der Vollwärmeschutz geklebt. Wir haben hier in den rückwärtigen Bereichen kommen jetzt die Bossenelemente an die Fassade und es läuft. Wir sind zufrieden. Gott sei Dank regt es mal nicht und auch die Dachdecker können da jetzt wieder starten. Und wir freuen uns jetzt auf ein, ja, jetzt schon mal schönes Wochenende. Das Wetter soll ja so ein bisschen bleiben, wie es jetzt ist. Und ich wünsche euch dahingehend ganz viel Spaß und habt wie immer eine gute Zeit. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Bye-bye! Bis zum nächsten Mal.